Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ich merke das selber. Ich meine, ich habe jetzt keine körperlich schwere Arbeit zu tun, aber ich sitze halt eh den ganzen Tag am PC. Und dann merke ich abends auch manchmal schon, ach man, eigentlich ist die Luft raus. So, jetzt wutz, Junge, sei mir gnädig. Du bist meine Map, Junge, meine Map bist du doch. Am Bad Frankenhausen, okay. Ah, stimmt, das kannst du, das kann man nicht brauchen. Beim Tag auf Zocken, dann brauchst du schon ein stabiles Netz. Ich hatte heute mit Svenny schon das Thema Bad Frankenhausen, da war ich am Ende meiner Wehrpflicht stationiert. Bin aber jeden Tag nach Hause gefahren. Junge, nicht mit dem Commander. What's going on? Ich würde doch wohl nicht ein Mate gehabt haben. Ich würde auch noch mal schauen. Ich würde gerne kommen. nicht so aus. Sucht der Stress? Da war ein Scaff auf jeden Fall. Das könnte bedeuten, dass wir hier erstmal sicher sind. Ach Gottchen, dann lassen wir ihm sein Zeug. Arme Seele, Mann. Den Filter nehme ich dankbar an. Was ich auch schon lange nicht mal gehört habe, ist ein Flugzeug. Gut, ich habe jetzt auch... Der hat es zeitlich gesegnet. Ich habe jetzt auch diese Woche echt wenig gespielt. Also am Montag habe ich streamt. Mittwoch hatte ich Besuch. Sonst habe ich ja gut und gern am Dienstag nochmal ein Röntgen gedreht. Ich habe einen Scaff schreien. Ich bin mir nicht sicher, ob der Scaff auf mich geschossen hat. Scheint recht aufgebracht zu sein. Vielleicht ist sein Gemüt erhitzt, weil er mich gesehen hat. Aber ich merke es auch schon wieder. Meine Augen sind auch schon wieder müde, Mann. Das ist so sinnlos. Ganze Woche freust du dich aufs Wochenende. Gut, ich glaube, dass man bloß ein Scaff auf uns geschossen hat. Auch so eine arme Sau. Dank der armen Schweinehäuter. Dann auf Containerburg ruft. Rache. Ich will Rache, weil der Hund auf mich geschossen hat. Ich weiß nur, dass Sie mir gelassen haben. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, dass Sie in die Junge schirfen, sehen Sie auf einen Spiegel ab. Ich weiß nicht auf Sie! Ich weiß nicht, ob Sie sehen. Hände ich sich mit den Spiegel zu sehen. Oh, wenn Sie sehen. Dann machen Sie die Schnaufe. Okay, wir sehen. Fährt er noch um. Da war ich, Maji, Junge, Busten, mein Bester. Wo hängst du denn? Da war ich, Junge, Busten, 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 Busten. Aber die vertragen ja einiges. So. 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 verwischen wir ihn ja noch beim Auto. Er hat noch nicht bezahlt. Das Dumme ist nur, dass ich ihm vielleicht in die Arme renne. Dass ich da rüber muss. Ich habe keinen Fall. Ich habe diese Arme gesehen. Sie haben sehr viel Geld. Diese Fröhle sind schuld. Sie sind nur, weil sie mir nichts gemacht haben. Sie haben Zeit, zu sagen, sie sind ärgerlich. Bei diesem Fall ist die Fähne vertraut. Ich habe kein Geld mit, aber er hat bezahlt. Er schießt ein blödes Käffnuch auf uns. Geil, geil, geil. Oh, ja, ja, ja. Shit, 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 shit. Ich bin jetzt total überfordert irgendwie, Leute. Ich hau das jetzt alles weg, ich muss auch los. Vier Minuten, oi, 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 das kann geknackt werden. Hab ich seinen Rucksack mitgenommen? Natürlich nicht. Ich trottel. Alter! Alter! Ich ahne es schon wieder, ich ahne es schon wieder. Man könnte eventuell eine Umfrage starten, aber das kostet mich jetzt auch wieder Zeit. Präkenriere ich beim Laufen? Ja, ja. Das tue ich, das tue ich. Das ist gut. Theoretisch müssten wir es schaffen. Bis davor ist es eigentlich ein Katzensprung. So, Jungs. Easy. Drei Kills. Prance Kevstus. Es gab gut XP, gut Loot. Woods ist mein Ding sozusagen. Na gut, knapp 5000 XP. Danke.